Linux-Betriebssysteme sollten so konzipiert sein, dass sie sofort nutzbar für Einsteiger sind und dass sich auch Einsteiger und Neulinge sehr, sehr gut damit auskennen dann und damit klarkommen. Und es geht doch kaum besser, ein Betriebssystem als Einsteiger-System zu machen, als ein Linux, wo Google Play und die Google-Dienste gleich komplett mit integriert sind, so dass man über den ganz normalen Google Play Store entsprechend die Anwendungen auf seinem Rechner nutzen kann. Dazu braucht es nicht immer ein Chromebook, sondern dazu genügt auch ein Linux-Betriebssystem basierend auf Ubuntu mit wunderschönem Gnome-Desktop. Und dieses Betriebssystem, das zeige ich euch heute, wie man das installiert und was da alles so mit dabei ist. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntagzeit für Sonntags-OS und heute habe ich hier mal ein Betriebssystem herausgesucht, das sich nennt Maculu Linux. So, Maculu Linux war eine Anfrage oder eine Empfehlung von euch. Ihr habt mir mal den Tipp gegeben, dass ich mir das Ganze mal anschauen soll. Und wenn auch du ein Betriebssystem irgendwo im Internet findest, wo du sagst, hey Typ, schau dir das mal an, schau da mal rein, dann komm einfach in meinen Matrix-Space, in den Matrix-Space von so einem Typ im Internet. Link ist in der Videobeschreibung ganz oben. Gut, so, Maculu Linux, das hier ist wieder die Seite von distrowatch.com. Da hat man immer mal so einen kleinen Überblick, was das Ganze hier so ist. Hier steht, basiert auf Debian-Testing und Ubuntu LTS. Ich würde eher sagen, es ist nur noch Ubuntu LTS. Kann sein, dass das früher mal Debian-Testing war, aber die Debian-Repos sind da nicht mehr drin. Herkunft Vietnam, das heißt das Entwicklerteam, das sind, glaube ich, zwei oder drei Vietnamesen. Und ja, und bei Desktop steht hier CINEMAN GNOME XFCE. Ich würde eher sagen, es ist ein GNOME-Desktop, das wir gleich sehen werden. Wir installieren es ja gleich und wo ein paar Elemente von XFCE oder CINEMAN einfach mit inkludiert wurden. Gut, wir gehen mal auf die Seite von maculu-linux.com. Das ist eine sehr nette, sehr gut übersichtliche WordPress-Seite. Und hier oben sehen wir schon, hier gibt es mehrere Optionen zur Auswahl. Zum einen Shift Pro. Es gibt also für, also Shift ist quasi das normale Desktop-Betriebssystem. So nennt sich das Maculu-Linux-Shift. Und hier kann man dann auch eine kostenpflichtige Version entsprechend herunterladen. Ich glaube, das kostet so 30 Dollar oder so. Ja, genau, hier 30 Dollar. Und da hat man insgesamt 16 verschiedene Design-Layouts und so weiter, die aber alle irgendwie meines Erachtens ein bisschen gleich aussehen. Und zusätzlich hat man dann noch einen Support und so weiter. Wer sich da mal durchlesen möchte, kann da gerne mal selber drauf schauen. Die kostenfreie Alternative ist natürlich ganz normal Maculu-Linux-Shift ohne das Pro. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut nutzbar. Ist so ein bisschen ähnlich wie bei Zorin OS. Habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, wenn du hier oben auf das i klickst. Zorin OS enthält ja auch eine Pro-Version. Und da sind dann nur minimal noch ein paar mehr Funktionen aktiviert und ein paar mehr Designs. Aber ansonsten halt auch als kostenfreie Version ohne Probleme nutzbar. Und dann gibt es noch eine Droid-Version. Maculu-Linux-Droid ist quasi, ja, ich will mal sagen so eine Art Android-Klon. Aber es ist kein Klon. Es ist aber so konzipiert, dass man wohl Android-Pakete, also APK-Files da eben out of the box nutzen kann. Einfach durch Doppelklick quasi. Und ich habe das selber noch gar nicht ausprobiert. Habe mir aber jetzt schon mal beide heruntergeladen. Einmal das normale Shift und das Maculu-Linux-Droid. Das werden wir dann gleich mal noch installieren. So, hier finden wir dann noch einen Link zum Forum. Eine Wiki-Seite, eine sehr gute, übersichtliche Wiki-Seite. Ein Live-Chat und natürlich den Download-Button. Und hier bei Downloads können wir uns hier mal schon mal ein schönes Video anschauen. Und dann gibt es hier eben die Download-Links einmal von Sourceforge, Google oder Mega. Ja, ich habe das Ganze jetzt hier über Sourceforge runtergeladen. Und die ISOs befinden sich jetzt auf meiner Latte. So, dann machen wir das Ganze mal zu. So, dann gehen wir mal in die virtuelle Maschinenverwaltung rein. Und gehen hier auf Neu. Dann einmal ein Medium auswählen. Da nehme ich natürlich Maculu-Shift erstmal. Wir nehmen erstmal das Shift. Nichts erkannt. Ich weiß, es ist aber Ubuntu-LTS. Ich würde aber eher sagen, es basiert immer noch auf Ubuntu-2004-LTS. Genau wissen kann ich es jetzt nicht, aber ist erstmal egal. So, Speicher, ich nehme 8 GB. Das sind ungefähr 8200 MB. Sechs Kerne meiner CPU. Und die Festplatte, da machen wir 30 GB. Das denke ich mal, sollte reichen. Und dann machen wir hier Maculu-Shift. Ach, das muss zusammengeschrieben werden. So, Konfiguration noch bearbeiten. Und fertig. So, wir machen UEFI und gehen auf die Boot-Reihenfolge im Start-Menü. Und dann haben wir hier Word.io ist soweit richtig. Alles andere sieht ganz gut aus. Dann lassen wir das so, wie es ist. Und sagen Installation beginnen. So, hier haben wir das Grub-Menü. Und hier steht schon Maculu-Linux-Defaults US-Englisch. So, so wie es aussieht, sind wir jetzt hier bei einem Text-Editor. Aber ich warte jetzt einfach mal ab. Möglicherweise lädt er noch im Hintergrund irgendwas. So, und in der Tat hatte da was geladen. Und zwar, ähm, ja, eine nette, ja, Präsentation. Und ich glaube, das ist die hässlichste Maus, die ich je gesehen habe. So, Ton ist hier nicht mit drauf, so wie ich das sehe. Das scheint so eine Art, ja, Präsentation zu sein, so eine Art Sales-Pitch zu sein, warum man jetzt ausgerechnet Maculu-Shift nutzen sollte. Hier unten sind auch ein paar Player-Controls. Das heißt, das ist ein zweiminütiges Video. Und ich würde sagen, wir überspringen das Ganze, indem wir jetzt hier einfach mal bis zum Ende gehen. So, Maculu-Linux-Shift ist ready. So, jetzt hat er das auch automatisch geschlossen, das Video. Und jetzt sind wir hier im, ja, Standard-Bildschirm. So, und hier habe ich jetzt schon mal die Möglichkeit, mir ein, ja, Layout auszusuchen. Das machen wir aber nachher dann. Äh, das machen wir jetzt nicht während der Installation. Ähm, ich würde sagen, wir gehen hier in den Live-Installer rein. So, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal die Installation. Gut, anders als bei Ubuntu ist das hier nicht der Ubuntu-Installer, sondern der Calamares-Installer. Das ist ein sehr schöner Installer. Ich mag den wirklich sehr. Und dann gehen wir mal auf Deutsch. So, dann einmal weiter. Das ist Berlin, das ist korrekt. Meine Tastatur hat er ebenfalls korrekt erkannt. Auch das ist schön. Und, äh, ja, hier haben wir dann die, äh, automatische Partitionierung. Leider kann ich zum Beispiel die Swap-Partition nicht abwählen, was ich dann gerne möchte. Wenn ich also keine Swap-Partition haben möchte, dann muss ich das Ganze hier manuell partitionieren. Äh, ich würde aber sagen, äh, ja, und selbst, äh, ja, und selbst, äh, die, die Formatierung wird auf jeden Fall EX-T4 sein. Auch hier kann ich mir das nicht aussuchen, ob ich zum Beispiel ein ButterFS-System haben will. Oder sogar verschlüsseln kann ich ebenfalls nicht. Also es sind sehr, sehr wenig Einstellungsmöglichkeiten hier. Ist ein bisschen schade, weil, äh, der Calamares-Installer das Ganze normalerweise zur Verfügung stellt. Also es, äh, gibt die Option, das Ganze entsprechend auch so freizugeben. Gut, wir lassen es den Standard so wie er ist und, äh, geben jetzt hier ein paar Sachen ein. Mal Column, äh, Shift. So, dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ. Äh, hier ist automatisches Einloggen schon standardgemäß angehakt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen uns einloggen, welchen Sinn macht es uns, ein Passwort zu vergeben? Und ich nutze dasselbe Passwort für das Administrator-Konto. Dann einmal weiter und weiter. Und dann, ja, warten wir einfach ab, bis die Installation durch ist. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll gewesen, dieses, äh, Video auch abzuspielen, weil diese 2-Minuten-Video, was wir anfangs gesehen haben, äh, das würde hierher passen. Stattdessen kriegen wir jetzt hier so eine, ja, so einen altbackenen Slide gleich angezeigt. Das ist, äh, eine ziemlich kuriose, komische Entscheidung. Äh, aber gut. Dann, ja, warten wir mal ab. So, die Installation ist durch und wir können das System neu tarten. Ja, das sieht natürlich sehr, sehr niedlich aus mit diesem komischen Nilpferd oder was das sein soll. Okay, und dann haben wir hier unser, ja, ich nehme mal an, das sieht aus wie LightDM, oder? Es könnte auch, äh, GDM sein, äh, und mit, gleich mit einer Tastatur. Okay, ist eine sehr interessante, äh, sehr, sehr interessante Entscheidung. Und dann sind wir hier auch schon bei unserem Startmenü. Und, äh, als allererstes, äh, öffnet sich der Makulu Linux Setup Manager. Äh, dieser öffnet sich tatsächlich nur beim ersten Hochfahren und danach nicht nochmal, wenn man den dann nochmal haben möchte, muss man den irgendwo im Menü dann suchen. So, da gibt es dann hier zum Beispiel die Driver Setups. Das heißt, hier kann, hier kann man dann zum Beispiel proprietäre Treiber noch nachladen. Zum Beispiel, wenn du eine NVIDIA Grafikkarte hast, dann wirst du wahrscheinlich auch NVIDIA Treiber benötigen. So, ich brauche keine weiteren Treiber, denn, äh, ich habe ja eine virtuelle Maschine. So, Firewall ist standardgemäß schon installiert. Das ist auch sehr gut. Und die kann man dann natürlich hier auch aktivieren. Und dann ist man da auch auf der sicheren Seite. Hier kann man auch die Spracheinstellung machen. Ich würde sagen, wir gehen hier direkt auf German. Hier ist dann das Dings am Weg. German Language Pack. So, dann wird das Ganze jetzt hier auch direkt installiert. Ohne Sudo, ohne nach einem Sudo-Passwort zu fragen. Das ist auch sehr kurios, wie er das gelöst hat. Jetzt ist hier halt die ganze Zeit dieses komische Schriftding hier im Weg. So, das alles ist so richtig. Das kann alles so bleiben. Und dann können wir das Ganze fließen. Und dann hier auch schließen. Und jetzt ist es auch weg. Okay. So, hier können wir dann noch ein paar Netzwerkeinstellungen machen. Wenn du zum Beispiel, ja, WLAN hast oder mehrere Netzwerkschnittstellen, kannst du das Ganze hier entsprechend konfigurieren und einstellen. So, dann können wir hier noch ein paar Online-Accounts noch hinzufügen. Da öffnet sich dann GNOME Settings. Und dann gibt es hier Ubuntu Single Sign-On und so weiter. Und die ganzen anderen üblichen Verdächtigen. Da melde ich mich natürlich jetzt nicht an. Ja, sobald ich da drüber fahre mit der Maus. So, jetzt ist es. So, ja, das ist Timeshift. Ist vorinstalliert. Auch sehr, sehr schön. Allerdings ist das kein klassisches System-Backup. Das wird leider immer und immer wieder verwechselt. Timeshift macht Snapshots, System-Snapshots sozusagen, so genannte Wiederherstellungspunkte. Das ist kein klassisches Backup. Also ein Backup sollte man dann anderweitig dann durchführen. Ja, hier werden also System-Snapshots durchgeführt. Und da empfiehlt sich natürlich dann das Ganze nicht über R-Sync, sondern dann zum Beispiel mit einem ButterFS-System zu machen. Was mir ja bei der Installation nicht angeboten wurde. Was sehr schade ist. So, hier kann man dann nochmal nach Updates schauen oder eben spenden. Updates, das machen wir auch gleich mal. So, und das war es im Prinzip schon. Das war der Setup-Manager. Und ja, so sieht dann im Prinzip erstmal der Standard-Desktop aus. Wir haben hier in der Mitte ein Konki mit ein paar Informationen, ein paar wichtigen Headlines, so wie es aussieht. Und ein paar, ja, Daily Quotes, also ein paar Zitate. Wir schauen erstmal nach, was hier so auf dem Desktop gerade rumliegt. Hier haben wir Upgrade to Pro. Da hat man dann die Möglichkeit, im Prinzip diese Pro-Version für 30 Dollar zu erwärmen. Für eben ein paar mehr Funktionen. Hier gibt es Video-Tutorials. Und das ist der Net. Da kann man dann hier entsprechend dann die ganzen Tutorials sich durchschauen, wie man was macht. Wie kann man dann das Panel und so weiter bewegen? Wie kann man Software installieren, deinstallieren und so weiter? Dann der Gnome-Extension-Manager wird hier erklärt oder eben Wine-Setup oder auch Steam. Ist eine sehr, sehr schöne Idee, so etwas zur Verfügung zu stellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich bisher in der Form noch nicht gesehen. So, Makulu-Manager. So, das ist dann, das ist jetzt der Grund, warum ich auch die Auflösung noch nicht auf Full HD angepasst habe. Weil, wenn wir jetzt hier gleich die Optik ein bisschen ändern oder das Desktop-Layout ändern, dann wird die Auflösung immer wieder zurückgesetzt. So, wir gehen mal hier vorne. Lin-Dose ist das Erste. Da wird wahrscheinlich Windows 7 oder Windows 10 ähnlich aussehen. So sieht das Ganze dann aus. Okay. Hat man dann so ein bisschen das Hintergrundbild, was einen so ein bisschen an Windows XP erinnert. Ansonsten hat sich jetzt hier meines Erachtens gar nicht so viel geändert, auch so ein bisschen die Symbole. So, und dann gibt es halt noch diverse andere. Gibt es hier noch Core. Core ist so, erinnert dann so ein bisschen an das klassische Gnome. Dann gibt es hier unten jetzt gleich so ein Dock quasi und oben eben, ebenfalls das Panel oben. Das finde ich ist sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Finde ich sehr schön. Dann hat man den hier, erinnert so ein bisschen an Elementary OS, dieses Menü. Ja, da hat man dann hier oben dann entsprechend die Leiste. So, dann gibt es noch Simple. Das hatten wir eben schon gehabt. Das ist der Standard quasi. Und dann ganz rechts haben wir hier noch Plasma. Und Plasma heißt es zwar, aber es ist natürlich kein Plasma, sondern es ist einfach KDE Plasma ein bisschen nachempfunden. Gerade hier auch, was das Menü betrifft mit dem Aufbau und hier mit den Reitern. Aber es ist und bleibt ein Gnome. So, ich gehe wieder zurück auf Simple. Und dann schauen wir gleich mal, was wir hier noch so haben. Desktop Clock. Damit kann man dann hier das Konki entsprechend konfigurieren, anschalten oder abschalten. Die Farbe kann man zum Beispiel zu schwarz oder zu weiß dann umschalten. Man kann hier das Uhrzeitformat entsprechend anpassen. Dann, wo soll das Ganze sein? Rechts oder links? Und hier können wir dann auch noch die Quotes, ob die Zitate stündlich oder täglich geupdatet werden sollen. Naja, wer es denn braucht. Dazu kann man hier jetzt noch die Desktop-Icons an- oder abschalten. Das ist eine sehr interessante Entscheidung, dass das hier mitten in den Clock Options, in den Uhrzeitoptionen irgendwie implementiert wurde. Wetter können wir dann das Ganze hier noch entsprechend konfigurieren. Das mache ich jetzt nicht. Und dann gibt es hier noch Additional Options, ob ich das Wetter angezeigt haben möchte, die Systeminformationen ja oder nein. Ich kann zum Beispiel die Quotes abgeschalten lassen. Ah ja, dann schließt er das immer automatisch. Den Newsfeeder kann ich abschalten, wenn ich den nicht haben will. Und zum Beispiel Systeminformationen on. Das ist ja schon so. So würde ich das jetzt eher nutzen. Also das alles andere brauche ich jetzt zum Beispiel nicht. Gut, dann gibt es hier die Panel und Dock Options. Da kann ich dann zum Beispiel IntelliHeight aktivieren, sodass bei Überlappung eines Fensters das Dock dann automatisch verschwindet. Und dann gibt es den Theme Manager. So, hier haben wir die grässlichste Auswahl an Mäuse, die ich je gesehen habe. So, ich werde dann hier auch gleich die Maus mal ein bisschen umändern. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, ja, am neutralsten, die Maus, die am neutralsten ist. Also ich weiß nicht, wer das schön findet oder was. Das hier nimmt fast die Hälfte des ganzen Bildschirms hier ein. So, dann haben wir hier, also es ist wirklich, also wirklich enorm hässliche Mäuse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wer das benutzt. Aber gut, ich will halt niemanden zu nahe treten. Vielleicht gibt es tatsächlich den einen oder anderen, der eine solche Maus nutzt. Ich nehme jetzt einfach die, die ist am schönsten. Und hier unten gibt es die Akzentfarben. Da kann man dann hier, wenn man hier auf die Ordner dann schaut, kann man dann entsprechend die Akzentfarben aktivieren. Ja, jetzt ist hier blau. Oder auch eben im Dark-Mode, dann werden die Fenster auch im Dark-Mode angezeigt. Da haben wir hier Dark-Mode und blau. Und das können wir jetzt einfach mal lassen. Wir lassen blau und dark. Und das war der Theme-Manager. Und dann gibt es noch die Wallpapers. Und hier wird dann das Programm Variety oder so ähnlich heißt das. Ich berichtige mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Und dann kann man hier entsprechend ein Wallpaper auswählen. Und hier werden die dann, genau, das ist bei Variety, ist das hier so normal. Oh, ich nehme mal die süßen Füchschen. Ich finde, das ist so am schönsten. Das lassen wir jetzt einfach. Und hier kann ich mich jetzt einfach im Prinzip durchscrollen. Durch alles, durch die Wallpaper, die ich dann so haben möchte. Und hier sind wirklich ein paar sehr, sehr, sehr schöne Wallpaper dabei. Superman, eine Eule, Panda und so weiter. Landwirtschaftsmaschinen, wer es denn haben möchte. Gut. Aber das soll reichen. Gut. So, dann gucken wir mal. Jetzt können wir mal die Auflösung ein bisschen anpassen. Dazu gehe ich mal hier in die Settings. So bedauerlicherweise hat er irgendwie alles auf Englisch gelassen, obwohl wir Deutsch installiert haben. Vielleicht kann ich das hier gleich irgendwo noch einstellen, bei Region und Language. So, Language hier. German. Select. Ich mache hier German mal ganz nach oben. Input Sources, also Eingabequellen ist Deutsch. Format ist Deutsch. Hier kann man auch nochmal das Background einstellen, obwohl einstellen kann man es nicht. So, Display. Full HD. Okay. Keep. So, jetzt haben wir das. Jetzt möchte ich mich mal einmal aus- und wieder einloggen. So, jetzt sind wir wieder drin. Und so wie es aussieht, ist das Ganze jetzt auch auf Deutsch übersetzt worden. Jawohl. Also hat nur noch ein Neustart gefehlt. Okay. Beziehungsweise ein- und ausloggen. So, und hier sieht man dann auch schon, es handelt sich hierbei um ein Ubuntu. Wenn ich hier auf Info gehe, das ist also ein Ubuntu. Und das ist Gnome-Version 3.36, ist also eine ältere Gnome-Version. Läuft auf X11. Kerne-Informationen sehen wir hier hinten im Konki. Das ist die Version 5.13. Ist ein LTS-Kernel. Ist jetzt nicht der neueste LTS, aber ist tatsächlich ein sehr, sehr guter, stabiler Kerne. So, dann schauen wir mal ganz schnell, was wir sonst hier noch so haben. Als Dateimanager ist hier Nemo vorinstalliert, was unter Gnome auch eine sehr interessante Entscheidung ist. Denn wenn ich mich nicht irre, ist Nautilus der Standard-Dateimanager, wenn es um Gnome geht. Warum die jetzt Nemo verwendet haben, stattdessen weiß ich nicht. Ist aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Dateimanager. Ich denke mal, das wird das so sein. Die haben so ein bisschen das Beste aus Cinnamon, XFCE und Gnome einfach so ein bisschen zusammengeschustert, um eben auch ein sehr umfangreiches Design entsprechend konfigurieren zu können. So, Google Chrome ist hier der Standard-Browser. Da fragt er mich auch, ob das Standard sein soll. Ja, ist der einzige Browser, den wir jetzt hier haben. Ist auf den ersten Blick natürlich eine sehr kuriose Entscheidung, zumal ja Linux eher so auf Open-Source und freie Software geht. Ich kann mir aber unter Ubuntu ziemlich gut vorstellen, dass man dann lieber Gnome verwendet, weil man sonst, wenn man Firefox vorinstalliert, man sonst auf ein Snap-Paket zurückgreifen muss, da ja der Firefox in den normalen Ubuntu-Repositories gar nicht verfügbar ist. So, dann ganz normales Terminal, das ist okay. So, hier gibt es ein Software-Center. Das sieht aus wie das ganz normale Gnome-Software-Center. So, und so sieht das Ganze dann aus. Es ist jetzt nicht mit dem großen Banner oben drüber, sondern etwas kleiner. Ich nehme mal an, das liegt auch daran, dass es eine etwas ältere Version ist. Und ja, das ist doch schon mal eine sehr, sehr gute Auswahl. Wir gucken mal, ob das Ganze ausschließlich auf... Ah, Snaps sind also auch... Ich wollte gerade sagen, ob das Ganze über die Repositories geht oder zum Beispiel auf Flatpaks. Aber hier sehe ich auch gerade die Anwendung. Snap ist also vorinstalliert. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, das Ganze auch als Snaps zu installieren. Jetzt hat sich das Software-Center gerade ein bisschen aufgehängt, merke ich gerade. Ich kann es nicht mehr bedienen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Bitwarden gehe, dann kann ich auch das Ganze als Flat-Paket entsprechend herunterladen. Also Snaps ist integriert. Ja, Snaps ist integriert. Flat Hub ist integriert. Flatpaks sind integriert. Sehr, sehr gut. Ja, und damit ist das ganze System auch super einfach nutzbar und man kann ganz schnell Anwendungen installieren. Hier haben wir die Aktualisierungsverwaltung. Und jetzt gehen wir mal ganz fix durchs Menü durch und schauen, was wir hier so haben. Hier leuchtet ein blauer Punkt. Bei Hilfsprogramme, Dokumentbetrachter steht hier neu. Ich nehme mal an, nach dem Update ist der einfach dazugekommen. So, bei Barrierefreiheit haben wir Onboard und KMAC. Okay, das ist eine Lupe und eben so eine Klick-Tastatur, sage ich mal, eine Bildschirm-Tastatur zum Klicken. So, Büroanwendungen. Dafür, dass die ISO 3 GB groß ist, habe ich mir eigentlich gedacht, so, hey, da wird alles Mögliche drauf sein. Allerdings haben wir nur genommen Kalender und Kontakte mit drin. Eine Büroanwendung fehlt komplett, also kein Office-Paket, überhaupt nicht. Und genauso wie bei Grafics, wo eben nur Nomex als Bildbetrachter installiert ist, aber nicht zum Beispiel GIMP oder Ähnliches. So, unter Hilfsprogramme, da finden wir die üblichen Verdächtigen wie den Taschenrechner und eben auch einen Dokumentenbetrachter. Und Gnome Tweaks ist ebenfalls vorinstalliert. Das finde ich sehr, sehr schön und so hat man dann hier die Möglichkeit, entsprechend Gnome schon mal ein bisschen zu konfigurieren. Unter Internet ist Google Chrome, der als einziger Browser installiert. Und Discord, also komisch, eine Büroanwendung ist nicht mit drin, genauso wenig wie irgendwelche Grafik-Tools, aber Discord ist mit drin. Finde ich jetzt eine etwas fragwürdige Entscheidung. Aber gut, Discord wird halt sehr häufig verwendet. Ich nutze es nicht. Wenn du allerdings gerne mit mir und der Community in Kontakt treten möchtest, haben wir eine Alternative zu Discord und zwar den Sohn-Typ im Internet Matrix Space. Dann einfach in die Videobeschreibung unten reinschauen. Dort ist der Link zu Sohn-Typ im Internet Matrix Space. So, unter Multimedia haben wir einmal den MPV Media Player. Den haben wir vorhin quasi schon gesehen. Das ist quasi, wo dieses Intro-Video da oder dieses Pitch-Video gespielt wurde. Das lief über MPV Media Player und den VLC Media Player. Der ist mit drauf. Auch das ist sehr, sehr schön. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass jetzt zum Beispiel kein Audio-Player mit installiert ist. Ich meine, man kann über VLC und MPV auch Audios abspielen. Allerdings so ein richtig guter Audio-Player, der ja sonst auch immer mit standardgemäß mit drauf sein sollte, ist hier eben nicht mit drauf. So, Systemwerkzeuge. Da sind ein paar Standardsachen mit dabei. Bleachbit ist mit drauf zum Bereinigen und zum Lernen von Papierkörben, Cache und so weiter. Core Control ist ebenfalls mit drauf. Dann Hardtop habe ich gerade schon gesehen. Das wäre hier, da können wir auch gleich mal gucken. Das ist schon ziemlich ressourcenhungrig mit 1,43. Gut, ich habe jetzt schon ein bisschen rumgeklickt. Allerdings ist Genom halt nicht ressourcenschonend. Das ist einfach so. Hier gibt es ein Core-Pi-Menü. Da will ich mal drauf. Mal schauen. Ah ja, das ist auch, das habe ich in der Vorschau schon mal gesehen, irgendwo auf einem Screenshot. Gut, wenn man das dann haben möchte, kann man das Pi-Menü entsprechend nutzen. Und dann kann man hier drauf und dann hat man hier entsprechend seine Anwendungen, die dann mit drin sind. Hier war ja nur Nomex mit drin. Und hier geht man dann einfach wieder zurück ins Hauptmenü. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufgehe und den VSC Media Player öffne, dann öffnet der sich und das Pi-Menü verschwindet dann auch. Ja, und dann gibt es noch den Ubuntu Mainline Kerne Installer. Ja, auch das vermisse ich in vielen Betriebssystemen, dass man einfach mal auch entscheiden kann, welche Kerne man installiert haben möchte. Und deswegen finde ich das hier tatsächlich eine sehr, sehr schöne Entscheidung. Wir gucken mal, welche Kerne hier verfügbar sind. Und so wie es aussieht, haben wir hier den neuesten Kern im Prinzip. Das ist 5.18.6. Und hier gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Kerne. Der älteste ist der 5.0. Das kommt quasi aus der 5er-Reihe im Prinzip. Was haben wir hier als Einstellungsmöglichkeiten? Die Unstable und RC-Release-Kerne werden hier ausgeblendet. Die werden gar nicht erst angezeigt. Ja, und dann kann man hier im Prinzip auch einen anderen Kern installieren, wenn man das denn möchte. Gut, soweit zu Makulu Linux, zu Makulu Shift. Jetzt möchte ich mich mal noch ganz schnell Makulu Droid widmen. Dazu fahren wir diese Maschine hier einfach mal herunter. Einmal ausschalten. So, ich habe jetzt Makulu Linux Droid gestartet. Ich habe schon alles auf Vollbild und ich habe auch das deutsche Sprachpaket schon installiert. Und ja, beim Durchschauen ist mir halt aufgefallen, es ist gar nicht so anders als das Makulu Linux Shift. Lediglich Anbox Application Manager ist hier mit drauf jetzt installiert. Und ansonsten ist jetzt nichts großartig dazugekommen oder entfernt worden. Auch hier Google Chrome ist der Standardbrowser. Und lediglich der VLC Media Player fehlt hier. Ja, und die ganzen Android Dateien, sage ich mal, also alles was APK-Files sind, das Ganze wird hier angezeigt unter Sonstiges. Das Ganze finden wir hier unter Sonstiges. Ja, hier sehen wir Google Maps, der Play Store, Prime Video ist hier schon mit vorinstalliert. Das sehen wir hier unten. Ja, und hier gibt es dann auch den Android APK Installer. Und unter Zubehör finden wir hier auch noch das Wetter, noch zusätzlich. Hier mir ist aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob das bei dem anderen, bei der Version Shift auch mit dabei war. Es gibt hier noch den Desktop Manager. Hier können wir dann wechseln, ob die Liste hier unten oder oben sein soll. Ja, und hier gibt es noch einen Punkt, der nennt sich Constructor-Tool. Den finde ich ziemlich interessant. Beim Constructor-Tool kann man sich dieses Makulu-Linux, was man hier hat, entsprechend alles einrichten. Und dann mit dem Constructor dann eine ISO daraus erstellen, sodass man dann seine eigene personifizierte Makulu-Installation dann entsprechend installieren kann. Das wollte ich mal noch zeigen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee. Gut, dann gucken wir noch mal ganz fix, was wir jetzt hier haben. Ich schaue mal, ob wir hier irgendwas öffnen können. Wenn ich jetzt hier doppelklickt auf Files mache, dann sollte sich hier der Android-Datei-Manager öffnen. Dadurch, dass das ja jetzt über so einen Android-Emulator läuft, dauert das Ganze natürlich ein kleines bisschen länger. Also es geht jetzt hier nicht so rucki-zucki. Ja, aber so sieht das Ganze dann aus. Hier sind keine Dateien jetzt hier drin. Okay. So, wenn ich jetzt hier Google Play Store öffne. Okay, ich habe jetzt Doppelklick gemacht, aber macht nichts. Dann habe ich hier die Möglichkeit, mich dann entsprechend einzuloggen. So, dann haben wir hier den ganz normalen Google Play Store und dann kann ich hier ganz normal Sachen installieren. zum Beispiel den Sessions Private Messenger, den es zum Beispiel für Android gibt. Den kann ich dann einfach auf Installieren klicken. Ganz normal, wie man das bei einem Smartphone entsprechend auch macht. So, und wenn ich das Ganze dann installiert habe, dann finde ich einmal Sessions entweder hier direkt im N-Box Amplication Manager die App oder entsprechend auch unter Sonstiges im Menü hier und dann kann ich entsprechend hier Sessions öffnen. Das ist die ganz normale App und dann kann ich, ja, quasi loslegen, diese App entsprechend zu nutzen. Sessions ist übrigens ein Messenger, ein anonymer Messenger. Da wird dann eine Session-ID erstellt, die ist, glaube ich, 32 oder 64 Zeichen lang. Und ja, dann kann man anonym miteinander kommunizieren. Und wenn ich zum Beispiel eine APK herunterladen möchte, also zum Beispiel, weil es eine App nicht im Play Store gibt, ich nehme jetzt hier als Beispiel mal Fluffy Chat. Fluffy Chat als Alternative zu Element für Matrix. Und dazu hole ich mir dann irgendwo dann eben entsprechend die APK-Datei. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf F-Droid und dann sehe ich hier ganz unten APK herunterladen. Dann lade ich das Ganze einmal herunter und sage auch behalten, weil Google jetzt hier sagt, hey, das ist eine aus einer exkernen Quelle. Das ist auch in Ordnung. So, und dann habe ich hier in meinem Download-Verzeichnis, habe ich hier die Fluffy Chat App mit diesem Android-Logo. Und dann kann ich einfach hier Doppelklick drauf machen und dann öffnet sich quasi der APK-Installer automatisch und sollte quasi automatisch das Ganze auch installieren. Ich hoffe, dass das hier auch funktioniert hat. Und ja, das hat funktioniert. Unter Sonstiges finde ich hier dann den Fluffy Chat. Ja, und der hat das quasi installiert. So, jetzt befindet sich hier Fluffy Chat auch hier im Anbox-Application-Manager. So, leider lässt sich diese Anwendung jetzt hier nicht öffnen. Das hat möglicherweise Gründe, dass diese nicht ganz kompatibel ist mit Anbox. Da muss man halt immer drauf achten. Es ist nicht alles immer mit Anbox kompatibel. Aber zumindest konnte ich so jetzt erst mal zeigen, wie es theoretisch dann funktioniert. Und ja, damit kann man zum Beispiel auch seine Lieblings-Mobile-Games, seine Spiele, die man vielleicht so nur fürs Handy hat, fürs Smartphone, kann man dann zum Beispiel hier über Anbox starten und dann entsprechend auch am Rechner zocken quasi. Ja, natürlich mit allen Nachteilen, die auch daherkommen, wenn man eben Google-Anwendungen oder Google-Dienste hier laufen hat. Makulu Linux ist ein sehr schön designtes Einsteigerbetriebssystem. Gerade auch die Droid-Version enthält dann Anbox, den Android-Manager gleich mit dazu, so dass man entsprechend Android-Anwendungen gleich hier mit nutzen kann. Ist durchaus für auch Anfänger sehr gut geeignet, denn ein Terminal ist ja auch überhaupt nicht notwendig, um eben Makulu Linux zu benutzen. Des Weiteren ist das Ganze auch sehr, sehr schön designt. Auch mit den Hintergrundbildern ist es sehr schön. Und auch das Konki dazu, hier mit Uhrzeit und Datum und natürlich auch mit den ganzen Designs. Das macht das Ganze dann sehr, sehr intuitiv auch zu benutzen. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ. Ich bin ja nur so ein Typ.